Mama, ich bin im Fernsehen! Vor anderthalb Monaten kam mein Fernsehteam zu mir und hat mich zwei Tage in meinem Leben begleitet. Wir waren in der Schule, zu Hause und beim Videodrehen. Das Ganze ist morgen um 18 Uhr auf ZDF zu sehen oder ab jetzt in der Mediathek unter dem Namen Wie werde ich Millionär? Tja, meine Lieben, ich sehe jetzt schon die ganzen Kommentare. No, ey, wir waren doch immer Freunde. Oder in der Schule habe ich dir immer einen Stift geliehen. Wenn du mir schon mal einen Stift geliehen hast, dann kommentier mit einem Stift. Vielleicht schenke ich dir ja was.